Paging, die zuverlässige Alarmierungslösung von Swissphone. Wir sind uns gewohnt, dass in unserem Alltag die Kommunikation einwandfrei funktioniert. Doch was passiert in einer Krisensituation? Die Erfahrung zeigt, dass öffentliche Handynetze in der Krise sehr schnell in Überlast geraten werden, dadurch, dass möglichst viele Leute, wenn sie gleichzeitig, miteinander sprechen. Im Extremfall führt das sogar zu einem Komplettausfall der Infrastruktur. Für die Bewältigung der Krise ist die Alarmierung der Einsatzkräfte much entscheidend. Swissphone Pager sind eine zuverlässige Alarmierungslösung aufgrund ihrer Broadcast-Technologie auf unabhängigen Funkrufnetzen, langen Batterielaufzeiten von bis zu drei Monaten, sowie Stosssicherheit, Wasserdichtigkeit und hohen Empfindlichkeit. Der Pager ist ein ganz sicherer Wert, den wir haben. Unter Umständen, wenn er alarmieren will, verlutscht er jemanden über die Hände nicht. Hingegen, wenn er in einer Bereitschaftsfunktion ist, kann man immer nur auf den Pager zurückgreifen und das verhäten. In der Schweiz deckt das Telepage-Netz 99,9 Prozent der Bevölkerung ab. So garantiert das Netz von Swissphone damit eine sichere und redundante Alarmierung der Einsatzkräfte. Vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz ist Telepage deshalb als kritische Infrastruktur anerkannt. Für mich, es ist wichtig, und du wissen sicherlich, zu verdouben, den Systeme anerkannt werden, nicht nur eine einzige Farbe in den Systemen. Denn wenn ein Gebäude passiert, dass ein Gebäude verfolgt, insbesondere mit dem Telefonischen GSM-Technik, wir können nicht nur auf den Systemen abhängen. Die Alarmierungslösung von Swissphone ist neu, auch komplett autark erhältlich und funktioniert somit auch während eines längeren Stromausfalls. Paging ist für uns ganz wichtig, weil das ist das Mittel, das wir vertrauen haben, wo wir wissen, dass das funktioniert. Sorgen auch Sie für eine sichere Kommunikation im Katastrophenfall? Kontaktieren Sie uns jetzt und lernen Sie mehr zu den Paging-Lösungen von Swissphone.